Der Marsch des Lebens in Polen 2015 Anlässlich des 70. Jahrestags des Todesmarsches von Auschwitz-Birkenau nach Gleiwitz Die Todesmärsche waren das letzte grausame Kapitel des Holocaust. Über 250.000 KZ-Häftlinge starben auf den Straßen. Gedemütigt und erniedrigt erfroren sie oder wurden, wenn sie nicht weiter konnten, in großer Zahl erschossen. Auschwitz-Birkenau Das Lager sollte geräumt und die Beweise vernichtet werden. Am 17. und 18. Januar 1945 werden 56.000 Häftlinge auf unterschiedlichen Wegen Richtung Westen getrieben. Ein Zielpunkt war die Stadt Gleiwitz, wo sie im kältesten Winter bei minus 30 Grad in offene Eisenbahnwaggons verladen werden. Tausende erschossene Häftlinge säumen den Weg. Es war der erste Todesmarsch. 70 Jahre danach. 500 polnische und deutsche Teilnehmer vom Marsch des Lebens kommen nach Gleiwitz, das heutige Gliwitz, um auf der Route des Todesmarsches ein Zeichen zu setzen. Sie laufen von Gliwitz nach Auschwitz-Birkenau den entgegengesetzten Weg. Todesrouten sollen in Wege des Lebens verwandelt werden. Der Holocaust-Überlebende und Teilnehmer des ersten Todesmarsches Jechiel Alexander erzählt am Ort der Selektion in Auschwitz-Birkenau seine bewegende Geschichte. Mein Großvater war Scharfschütze. Unter den Teilnehmern der deutschen Delegation sind über 30 Nachkommen von Wehrmachts-, Polizei- und SS-Mitgliedern, die am Vernichtungskrieg und Holocaust in Polen beteiligt waren. Sie sind gekommen, um die Nachkommen der Opfer, Juden und Polen, öffentlich um Vergebung zu bitten. Ich stehe hier als Enkelkind eines Mannes, der mitgeholfen hat, dieses Lager aufzubauen, Er hat mitgeholfen, diesen Gaskamern aufzubauen. Er war einer von den Teilnehmern, der mitgeholfen hat, dieses Lager aufzubauen. Ich stehe hier heute und möchte Sie von Herzen um Vergebung bitten. Ich stehe hier heute und möchte Sie von Herzen um Vergebung bitten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Anliegen vom Marsch des Lebens wurde bei den Gedenkfeiern von offiziellen Vertretern unterstützt. Der renommierte Holocaust-Forscher Prof. Dr. Gideon Greif aus Tel Aviv gibt in einer Vorlesung einen historischen Einblick über die Hintergründe der ersten Todesmärsche. Weihbischof Gjergosh Rech aus Krakau erinnerte in Oshviencim an den Antisemitismus der Christen zur Zeit des Holocaust. Wir dürfen als Christen durch unsere Gleichgültigkeit nie wieder zu Mittätern werden. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Katowice Dieser Ort war schon immer für mich ein tragischer Ort. Und um ehrlich zu sein, ich mag es nicht, hier zu kommen. Aber dank euch habe ich hier zum ersten Mal heute ein Gefühl von Freude gehabt. Der Marsch des Lebens will zusammen mit den Teilnehmern ein deutliches Zeichen setzen. Für Erinnerung und Versöhnung, für Israel und gegen modernen Antisemitismus. Seit dem Beginn der Bewegung im Jahr 2007 haben Märsche des Lebens in 14 Nationen und über 100 Städten stattgefunden. Der 70. Jahrestag des ersten Todesmarsches von Auschwitz nach Gleiwitz war der Auftakt für zahlreiche weitere Märsche des Lebens in Deutschland und Österreich. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017